Mama, ein Auto, mach mal einen Schuh sauber! Mama, ein Auto, mach mal hier! Da wurde auch noch mal hier... Da wurde es doch ganz Afrika versammelt. Ist das ein Mäuschen da unten? Einen Igel oder was ist er? Kätzchen! Das ist ein Kätzchen. Oder? Nee, da ist ein Mäuschen. Da drauf ist eine Katze. Aber ich meine, der Kracher ist ja hier der Affe, der hier...